Hallo liebe Freunde ich bin am C von Wasserman und wieder mal kommt ein Game Tutorial und heute zeige ich euch wie ihr im Game die Vampir Zähne erstellen könnt und das soll der Unterschied sein Vampir Zähne und wie die Zähne ein bisschen besser als so weißer machen sollte das muss nicht sein aber ich zeig euch einfach mal die Zähne so ich lösche mal das Bild ne warte oder? oh ich hätte fast das gute gelöscht hier das muss ich löschen so so sieht das Bild am Anfang aus so und wir fangen mal an was ihr zuerst mal braucht ist ich muss erstmal zoomen natürlich sieht jetzt ein bisschen pixelig aus aber naja wie auch immer man muss erstmal sein hier das freie Auswahl Tool nehmen so und dann muss man erstmal erzählen was für was für Zähne ihr jetzt mal zu Vampir Zähne machen wollt also ich nehme die Reißzähne das ist dieser Punkt hier und dieser Punkt und ja so geht's erstmal müsst ihr hier so so dann euer Umriss erstellen so so dann markieren wir noch extra hier so 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 okay dann gibt's nur einzelne also ihr habt das auf jeden Fall markiert dann müsst ihr wenn ihr das gemacht habt das ist jetzt nur eine Art es gibt auch mehrere Arten zum Beispiel mit diesem Fahrtool dann muss man auch zum Fahrt dann geht's auch so dann müsst ihr auf diesen Symbol hier auf das Verschmieren Symbol also das mit dem Finger aufgehen so und dann hier die Größe wählen wie immer und dann einfach runter ziehen einfach runter ziehen so das sieht jetzt schon ein bisschen fast wie beim Piezahn aus aber misst ihr jetzt an der Weisheit aber das ist zu kommen nicht gegangen also dann bildet ihr wieder mal euer hier freier Auswahl Tool aus macht dann wieder zack zack dann nehmt ihr dann wieder ihr verschmieren Tool so schiebt dann so ich mach mal jetzt ein bisschen schnell so dann bildet ihr mal nichts aus und voila ihr habt jetzt schöne Zähne so und jetzt ihr wollt das ja das mit ihr Zähne weiß sind für die die das wollen wenn nicht das ist mir auch egal ich will es auf jeden Fall dass die Zähne weiß sind und damit ich das machen nehmt einfach nur mein Pimpel nehmt eine kleine eine kleine eine kleine eine kleine Skalierfläche also so dann nehm ich auf jeden Fall weiß aber nicht klares weiß sonst sieht es unrealistisch aus ein bisschen so in der Tiefe gehen also so damit ein bisschen so wie Hautfarbe naja aber nicht wirklich also so klick so und ich werde es jetzt nicht skippen ich werde es jetzt einfach nur überspringen und ja und los wenn ihr das gemacht habt dann seid ihr fertig sozusagen okay ist noch ein bisschen unordentlich aber könnt ihr dann verbessern wenn ihr das macht aber hier auch aufpassen ja und jetzt summen wir mal ein bisschen raus so und jetzt wenn wir uns das angucken Och Mano das bin ich mal fail ok ok dann nochmal so so wenn wir uns das jetzt angucken sind jetzt schon Vampirzähne da ja und weißt du Zähne ok hier noch ein bisschen ohne rein aber wie auch immer und ja das war's eigentlich auch noch und tschüss ne und abonnieren und nicht vergessen in den Kommentaren schreiben was ich noch für Tutorials machen soll also irgendwie wie man das macht oder ich zeig euch dann in der nächsten Tutorial wie ihr sozusagen die Nägel färben könnt also sozusagen den Nagellack oder wie auch immer und ja das war's hoffentlich hat es euch geholfen abonnieren, kommentieren, favorisieren äh 5 Steine kann man immer geben wie immer also das war's von mir tschüssi goski und ciao ciao das war's